Nein, das ist eben kein gutes Argument und Marek bringt schon zum Ausdruck mit dem Wort Basta, das ja ein sehr verkürztes Demokratieverständnis hat. Demokratie heißt nicht einfach Wahlen und Basta, sondern Demokratie heißt Wahlen und dann Regierung bilden und Opposition bilden. Und es ist nicht so ungefähr, dass in der Mutter der Demokratie in England und dann später Großbritannien die Opposition einen gleichen Rang, Her Majesty's Opposition hat, weil eben Opposition immer sein muss und auch als potenzielle Regierung da sein muss, um die Probleme und die falschen Schritte und Entscheidungen und auch die potenziellen Opportunismen und die Korruption und sowas, was immer sein kann, zu Brandmarken und Alternativen zu zeigen. Nein, zur Demokratie gehört öffentliche Debatte von Alternativen, gehört Minderheitenschutz, gehören Rechte, Bürgerrechte und Menschenrechte und nicht einfach nur Wahlen und dann ist der Rest schweigen und nur noch eine Fraktion und deren Oberhaupt noch dazu außerhalb der Regierung. Katschewski hat dann das Sagen. Das ist wirklich eine Karikatur von Demokratie. Und das ist wirklich eine Karikatur von Demokratie.